Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pools und ja, wir sind jetzt hier wieder, wo ich das letzte Mal aufgehört hatte. So schön mit diesem netten Monster. Oh Gott, ich weiß nicht, wo ich lang muss. Wo komme ich denn hier rein? Ne, du tust mir hier bitte nichts. Ich sehe nur das in der Mitte und sehe aber nicht, wie ich dort hinkomme. Sowas ist immer ganz formidable. Ja, es ist lange her, dass ich Pools das letzte Mal gespielt habe. Ich habe es jetzt auch bis hierhin wieder gespielt gehabt. Einfach, damit ich wieder in die Steuerung reinkomme und ähnliches. Musst du dort immer hin und her laufen? Geh wieder dort ungefähr hin. Für diejenigen, die nicht wissen, was Pools ist, es ist ein kleines, feines Spiel, in dem wir jemanden spielen, der blind ist. Deswegen sehen wir eigentlich so gut wie nie was, außer da, wo wir Geräusche machen. Und ja, wir können natürlich unsere Häschen hier werfen. Was macht das denn? Muss hier mehrere werfen, oder? Der ist noch dort hinten. Für diejenigen, die das schon mal angefangen haben zu sehen, beziehungsweise jetzt sehr interessiert daran sind, die können einfach die vorherigen Videos nochmal ansehen. Es sind nur zwei. Das ist also erst die dritte Folge, die man hier sieht. Ist da noch was, oder habe ich mich schon wieder im Kreis gedreht? Ich glaube, das ist auch noch was. Das Monster ist dort. Und das Ganze ist eigentlich auch hauptsächlich... Oh nein. 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 Ihr tut es mir nichts. Okay. Okay. Ja, Pech gehabt. Pech gehabt. Habe ich mich schon wieder an dieselbe Stelle gerettet? Ich will da rein mal. Ich will da gucken, ob da noch was ist. Ich weiß nämlich nicht, ob ich das jetzt alles schon angefangen habe. Da ist auf jeden Fall, da ist auf jeden Fall was und da. Ich weiß nicht, ob dort auch noch was ist oder ob ich das einfach übersehen habe. Von da komme ich auf jeden Fall. Ich weiß jetzt auch mittlerweile, dass die Signalfoyerdad quasi mein Speicherpunkt sind. Ja, jetzt machen wir schneller, okay? Ich hatte ja anfangs mal, das weiß ich noch, überlegt gehabt, weil das ja mit Intro und Outro sechs zusätzliche Kapitel hat, dass ich ein Kapitel in einer Folge mache, bis ich dann gemerkt habe, wo ich aufgehört hatte und mal vor einer Weile schon mal gucken wollte, wo ich dann aufgehört habe. und dann festgestellt habe, dass ich die Hälfte quasi schon fertig habe. Oh, hier komme ich rein, hier komme ich rein, hier komme ich rein. Jetzt will ich mich gucken, ob hier auch noch was ist. Ja, hier ist wirklich was. Habe ich jetzt alles? Oh, hier soll ich vielleicht nicht unbedingt hin. Obwohl, wohin fühlt mich das denn, wenn ich da hier weiter nach oben gehe? Hä, das wusste ich ja gar nicht. Dass es hier noch was gibt. Oh, jetzt habe ich es zu weit geschmissen. Man hat auch nicht unendlich Bunnys zur Verfügung. Ach, damit kann ich das alles überblicken. Das ist ja praktisch. Okay, da ist auf jeden Fall das Tor. Hier ist nichts mehr. Das habe ich schon. Das habe ich auch. Ah, das ist ja echt praktisch. Da ist nur das Tor. Nee, scheint nicht so, als wäre hier noch was. Jetzt habe ich keine Bunnies mehr, aber egal. Oh Gott. Ich erschrecke mich jedes Mal, wenn das so ein Vieh ist. Ja, das Monster isst die Kaninchen. Oder was ist es auch immer. Kaninchen, Schafe. Ich weiß nicht, was es ist. Das wusste ich ja nicht. Das habe ich echt nie gesehen. So, wo war jetzt der Ausgang? Wo ist das Monster? Das Monster ist dort. Hier ist noch ein Ausgang. Ich will jetzt noch einen richtigen Ausgang. Ich muss gucken, wo die denn alle funktionieren. Ich glaube... Ah, da. Was hat das denn jetzt für Probleme gehabt? Was für Probleme hast du? Jetzt rennt es da hin und her. Wow. Und ich kann nicht vorbei. Ah, jetzt hat es sich beruhigt. Okay. Gut. Dann gucke ich mal. In der Hoffnung, dass das Tor offen ist. Gehst du jetzt in die Richtung? Ich nehme es mal sehr stark an. Aber ich mag das Spiel echt sehr. Weil das halt dieses... Dieses, ähm... Ja, dass man blind ist. Dass man halt sonst nichts sieht. Außer wenn der Wind mal heult. Weil dann überall der Schall entgegen... Kommt und man so auf die Weise sieht. Und es ist echt schön gemacht. Und es geht ja auch nicht so lange. Es ist auch knifflig genug. Man merkt es ja. Es braucht viel Timing. Sehr viel Timing benötigt es. Und Monster, geh mal weiter. Geh weiter. Wir, du drehst dich wieder um. Okay. Okay. Ich guck mal. Das dürfte doch eigentlich gehen, oder? Wenn ich jetzt nur noch wüsste... Dieser Ausgang ist... Da ist er. Ich hab's wirklich geschafft. Cool. Ich seh nur nichts mehr. So, jetzt befinden wir uns im nächsten Kapitel. Ich hab jetzt schon keine Ahnung, wo ich lang muss. Achso, hier in die Richtung nehme ich... Nee, kein... Hä? Ach, hier. Was war das? Außer schön mit den Blättern. Das macht mehr Lärm. Oh nein, da hinten ist schon wieder eins. Okay, ich geh erst mal hier nach oben. Mal gucken, was hier so ist. Oh Mann. Das sieht sehr kompliziert aus. Will vielleicht doch nicht in ein, zwei Folgen oder so abgehandelt sein. Ja. Das Tor geht ja schon mal auf. Das ist ja ganz gut. Da muss ich rennen. Ich will gucken, ob hier keine Lücke ist. Okay, hier ist keine Lücke. So, die Schäfchen folgen mir auch. Das ist immer ganz toll. So, erstmal warten, bis es ganz oben ist. Und dann renne ich hin. Und hoffe, dass ich nicht dem Monster direkt in die Arme falle. Was? Komm. Wow. Okay. Hallo, Schäfchen. Schafhasen. Keine Ahnung. Das, was ihr halt seid, ne? Oh, jetzt hat's... Jetzt hat's das eine gegessen. Nein. Wie man nie weiß, ob man ohne Probleme weiterlaufen kann oder nicht. Muss mal ein bisschen springen. Sieht man's besser. Ich bin verwirrt. Ach, das ist so schief. Aber warum? Ich will nämlich nicht zum Dings da unten hin. Ich möchte es einfach nicht. Oh Gott, wo komme ich denn hier bloß hin? Ich bin jetzt einfach nur den Weg gegangen, den ich gehen konnte. Da ist Feuerchen. Hauptsache, ich bin ganz weit weg vom Monster. Oh, da macht's drüben wieder ein Tor. Aber diesmal muss ich besser laufen. Ich glaube, zum Monster gelange ich nur, wenn ich... irgendwie runterfalle. Wow. Okay, das habe ich auch schon mal geschafft. Okay. Nein, 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 nein. Nein, nein. Nein. Du kommst hier nicht her. Ja, du kommst nicht hier. Nein. Ich hab's dir gesagt. Geh weiter. Ja. 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 Ja.